Hi Ladies! Helene hat mich gebeten, ihr ein sommerliches Outfit zusammenzustellen, denn sie fährt demnächst in den Urlaub, wo es sehr heiß hergeht und da soll es doch luftig leicht sein. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt und ein wunderschönes sommerliches Outfit zusammengestellt. Doch bevor ich jetzt im Detail verfalle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet auch mal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Helene, mit diesem Outfit wird dein Sommer und dein Urlaub das Highlight des Jahres. Und dazu möchte ich dir dieses wunderschöne Kleid von Abanac vorstellen, denn dieses Kleid ist wie für dich gemacht. Und wie du siehst, habe ich hier deine Kriterien ja zu 100% erfüllt. Du liebst grün, dieses Kleid kommt in verschiedenen grünen und türkisfarben daher und es ist luftig leicht. Und die Marke hat sich hier einen ganz bestimmten Stoff herausgesucht, denn dieser Plissé-Stoff, also dieser Faltenstoff quasi, fällt in ihrer A-Linie wunderschön an deiner Figur lang und dieser Gürtel, der damit zugeliefert wird, kann das Ganze nochmal unterbrechen, damit du eine wunderschöne Teile bekommst. Viele denken jetzt vielleicht bei diesem Faltenstoff, oh mein Gott, das lässt sich ja nicht so wunderschön bügeln. Ja, es ist nicht so wunderschön zum Bügeln, aber zum Tragen umso wunderschöner. Und ich denke, mit diesem Kleid wirst du in deinem Urlaub und in den kommenden Sommer das Highlight am Strand oder auf der Party sein. Doch du hast gesagt, ich soll dir ein Outfit zusammenstellen. Und natürlich habe ich dir zu diesem wunderschönen Kleid ein paar passende Accessoires dazu herausgesucht, um das Ganze nochmal richtig schön aufzupimpen und an der Figur etwas Wundervolles zu tun. Und dazu habe ich ein paar wunderschöne Sandalen gefunden, die in den gleichen Farblock des Kleides daherkommen, aber mit ein bisschen Bling-Bling, denn diese grüne Farbe, dieses Leder hat ein bisschen Metallic-Effekt drin. Und autorasch, die Marke hat sich wirklich hier etwas Geniales einfallen lassen, denn die Sandale hat einen 1,15 Meter hohen Absatz, also nicht so hoch, damit ihr am Strand, im Sand und Co. noch wunderbar laufen könnt. Und durch die zarten Riemchen ihr einen wunderschönen Fuß bekommt und dann diese wunderschönen Beine einfach dastehen. Denn das Kleid ist ja knielang und zeigt noch wunderschön einen großen Teil eurer Beine und dann noch die Füße. Gerade im Sommer soll man ja auch die Beine und die Füße befreien und das, denke ich mal, habe ich hiermit geschafft. Und mit dieser Sandale und dem Kleid wirst du den Sommer nicht nur spüren, sondern auch zu 100% erleben. Und wenn du dann am Strand bist oder auf der Party, brauchst du natürlich noch eine Handtasche, damit du deine ganzen Utensilien einfach mitführen kannst und nichts vergisst. Und dazu habe ich dir hier eine Lederhandtasche rausgesucht, auch wieder in diesen wunderschönen Grün, denn, ja, wenn du Grün liebst, bekommst du es von mir und es passt zum Kleid, zu den Sandalen perfekt. Und die Tasche kannst du auch zu zig anderen Outfits tragen, denn sie ist so ein kleiner Allrounder und passt zu verschiedenen Outfits, also perfekt, must have. Und ich denke, bis hierhin habe ich dir schon mal was, ja, gezaubert, wo du nicht nur drinnen träumen kannst, sondern den Sommer auf deiner Haut spürst. Doch ein was möchte ich noch, denn das I-Pünktchen, das Bling-Bling fehlt mir noch. Und das habe ich mit einem kleinen Schmuckaccessoires, beziehungsweise ein Armreif gelöst, denn wo ich das gesehen habe, dachte ich, ja, das ist es. Stellt dir mal vor, zu diesem Kleid, dieses wunderschöne Armreif, was mit floralen Verzierungen zusammengehalten wird, mit kleinen Blütchen und ja, kleinen Steinchen und dann ist das Ganze noch quasi, ja, flexibel, elastisch, was sich dann ganz leicht an deinen Arm anpasst und dir nochmal diesen gewissen, sauerlichen Kick gibt. Und ich denke, hier hast du ein Sommeroutfit, was ja jeder, wenn er es an dir sieht, beneiden wird. Und eins kann man dir versprechen, die Männer und auch die Frauen werden hinterher gucken. Und wenn ihr, wie Helene, so ein wunderschönes Kleid auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und wie ihr aussieht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und ihr verpasst in Zukunft kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Deals nicht. Ist das ein Deal? In diesem Sinne, schönen Abend noch.